Das hatte ich schon mal gesehen, dass die das, äh, manche Gilden das nicht hingege... also nicht bekommen haben. Gibt doch bestimmt Erfolg, oder nicht? Äh, Heiler, ihr müsst euch konzentrieren, ihr hetzt. Jaja... Ihr kriegt das hin. Jedes Mal, wenn's groß Bum macht, müsst ihr heilen. Jaja, Schreibung. Ich zieh gleich mal an Trank. Müsst nur die Heal-Coldowns ein bisschen abstimmen. Trank, ich mach als erstes das Heal-Cold. Das müssen wir nicht unbedingt machen, wenn er nicht dabei ist. Trank, Crank, Alter, ist was geworden. Geil. Ja, noch droppt keiner unter 60%, easy. Ich, äh... Ich hab noch mal Legi genutzt. He, jetzt zieh ich meine. Hier, das nächste Satz. Bestimmt brüllt gleich einer zu Prank, zu Prank! Dann kickt er doch. Wofür braucht man die Kugel? Ach so, die Kugel braucht man zum Kicken, oder? Ja. Ja. Die wollte ich gerade nehmen und holt ihn aber schon deutlich ab. Hm... Ach, Quatsch. Ah, ist... Ah, 20%. Sehr gut. Dann Trash fragt gleich einer, was eigentlich der große, dicke Button in der Mitte des Bildschirms ist. Wenn ich kurz AFK hin töten. Jetzt wird's ernsthaft, Herr Hering. Ah, easy. Ich bin tot. What the f... Was? Ja. Ja, obwohl das ist der, der am meisten runtergetroppt ist. Okay. Deswegen hab ich mich schon zu der Hile angestellt, aber... Tja... Auf Katesch aufpassen, Ballos. Das geht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. hat meine Bubble gezünden kann Danke Habrat Bubble ist gezündet Bist du ganz nett? Wow, vizöcke ich ganz nett Come on 6% Ja, hättest du was gesagt 40 Millionen, haut dem weg Hau Dotz drauf, wir leben, wir haben Anti-Magic Ja, fügelst du drauf Dottet drauf die Scheiße Der Bruder ist jetzt wieder Wann Habrat Hau Dotz drauf, wir leben, wir haben Anti-Magic Mach das schon. Ehrlich kriegt ja gar nichts, Alter. Jetzt lach nicht, mach den Boss. Komm mal, den Peng mit dir. Ist das freudig, Alter. Ey, ihr habt doch zwei... Oh, ne, Battle Reds habt ihr nicht. Ne, ihr habt den 1.50, glaube ich. Wir würden überleben und das schaffen die doch noch. Äh, Harvard, hast du das Legendary mit der Anti-Magischen? Ja. Ja, ich nicht. Merkt man überhaupt nicht. Da musst du nicht mehr heilen, komm. Mach doch mal was. Ja, wir sind auch dabei. Wie lächerlich. Was auch, ihr stirbt bei 0,1%. Da muss ich leider ausdrücken, dein Headset wegwerfen. Das passiert einfach gar nichts, ey. Wir haben 0,5 schon weg, ey. Scheiße. Aber das ist echt, dass der Button einfach nicht da ist. Das ist doch gut. Quatsch. Ist jetzt die Frage, was kommt zuerst? Anti-Magischer, Anti-Magischer, Anti-Magischer? Ah, da ist er! Wuuuuh! Ja, oh, oh. Wuuuh! Sehr krank. Sehr krank, Alter. Sehr, sehr krank, Alter. Easy now, nice. Das ist ja krank. Bis zum nächsten Mal.